und es ist wirklich so wie ich gedacht habe mit den backs aber die pigtes waren ja auch nicht im weg die waren ja in einem fass ok leute sind beim essen die kitchen ist inaktiv der macht rock kraft du hier könntest bier genau 10 uhr potz machen ich kann nämlich glaube ich nämlich nicht einstellen workshop profil leider kann ich nur zu weisen wem der gehört um rock pot noch mal 30 stück wir haben genug work ok wenn wir schon mal dabei sind kann ich jetzt hier die foodstock pils hin machen hier und hier und auch eine etage drunter so und so gut und kann mit kuh jetzt die settings setzen du nimmst block nur prepared food an und du nimmst nur noch trinken an so du nimmst ja genau du bist der für die küche also nimmst du mit fisch an prepared fisch kannst du von mir aus auch annehmen ex nimmst du an plant nimmst du nicht an getränke nimmst du nicht an du nimmst kein fertiges essen an lief es ja keine seeds fett passte kannst du alles oh die sachen könnten noch ach nee die könnten wir dann auch verkochen ok und diese extrakte die nimmst du auch noch an und du nimmst block all du nimmst du nimmst du planst an aber keine query pushes so so dann können wir nämlich dich hier noch raus schmeißen und dann ist das gut wird hier immer noch gekocht ja und immer noch gebraut ok das kann wirklich sein dass ich aber ich habe rock pots in massen übrig verstehe es wer will ich verstehe es erst mal nicht table und share noch hierhin und dann dasselbe auf der anderen seite 1234 felder 1234 felder table und share so table 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 und chair 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 so okay essen trinken wird da hingebracht wie sieht es hier oben aus genau hier ah ja hospital ist frei building ein bett hier hin und kriege ich jetzt meine traction bench die ist immer noch nicht gebaut der brauchte kette für die traction bench ist ein hospital eine zone ja ist eine zone ok dann geht das auch so du bist jetzt mein hospital 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 information bäts tables könnte ich eine gebrauchen ah ja powder for cars quatsches bla 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 ok dann um q table rock table ein erst mal ach ja stimmt er muss auf einem table fixiert werden genauso war das so machen wir mal einen table das sieht doch ganz gut aus schon mal hier hier wird jetzt ordentlich sortiert was ich auch gut finde und das ganze essen ist hier weg gut das heißt we move we move da wir jetzt hier mehr stills und kitchens haben da müssen wir uns demnächst um die letzte farm kümmern haben habe ich irgendwas falsch eingestellt plump helmet plump helmet plump helmet plump helmet plump helmet ja gut das liegt da sind dafür sagen prickelberry seeds und white strawberry seeds wahrscheinlich weil der seeddinger voll ist foodstock und wir haben mal wieder einen dieb was für einer bist du diesmal wieder ein kobold dieb okay noch haben wir scheinbar ruhe vor den ähm anderen dieben so ich muss mein militär auch demnächst mal einstellen und wir überlegen wie ich hier dann weiterbaue ob ich hier einfach ach nee nicht hier sondern hier hier so eine von so ein stück verbindungsgang macht unter die nächste halle dran setzte für holz und das dann auch in die andere richtung mache so hatte ich das eigentlich dann auch vor also hier kommt holz hin also hier kommt holz hin hier kommt klopf und leder hin und dann kommt ganz unten kommen die schmieden hin die schmiedehalle so war eigentlich der plan von mir mehr oder weniger das muss ich mir alles noch überlegen das ist nur die frage wie kriege ich den verletzten dann ins krankenhaus das da ist doch jetzt eine krankenhauszone ja gucken wir noch mal hier unter half nach ja er hat immer noch den searcher request den dressing request ach so säubern und anziehen aber vorher muss er immobilisiert werden jetzt auch mal dass er ein bisschen was kann ach ja diagnostiziert hat er schon mal ach das wollte ich nicht so ich würde mich jetzt gern darüber freuen dass sie meinen kranken zwerg woanders hinbringen kann ich das irgendwie arrangieren ach das große gehörte eule ach mein doc kümmert sich gerade um ihn diagnostiziert patienten sehr schön was macht er jetzt er säubert ihn das heißt er holt und eine menschenkarawane ist eingetroffen was mal gucken wie toll ich das finden darf trader requested move goods clay pets crafts oh wir haben schön viele crafts sehr schön wir machen das ding dann nach und nach leer und er diagnostiziert ihn wieder was sagt jetzt mein health das sagt schon mal nichts neues er diagnostiziert ihn noch immer und zur tour wurde gecancelt weil wir thread brauchen ok dann kaufen wir doch vor den menschen am besten erstmal thread und ja wenn irgendeiner eine antwort davon dafür hat warum die samen nicht in fässer gepackt werden zurzeit dann sagt mir das bitte aber ich bin da jetzt echt ratlos warum meine 116 plump hamlet spawns auf dem boden rumliegen genauso wie meine pigtail seeds ich verstehe es nicht ganz aber egal die aufnahmezeit ist leider wieder rum ich pausiere jetzt erstmal kurz und dann wünsche ich euch alles gute und bis gleich bei